hallo freaks und freunde hier sind freaks und freunde mit einem neuen duel mit dem kaiser und wir spielen heute wieder tricky towers hallo das letzte mal lief es nicht ganz so erfreulich für mich in einem packenden duell das gilt es jetzt natürlich auszubügeln ganz klar dass das jetzt ein scheiß tag ach ne ich kann es da drehen zeit dass sich was drehen herbert herbert des wm lied irgendwie glaube ich glaubt 2010 südafrika 100 was da wenig fleck ich weiß es nicht keine ahnung schon ein bisschen her herbert nein 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 fragezeichen fragezeichen ist das durch mit klapier eingestellt nein aber ich habe das geht das geht gar nicht gut zu wissen nein bezwangs nein nein oh gott wir finden es heraus gemeint sind oh gott nein was ist das was war das irgend so ein buch war ganz cool es ging auf einmal voll schnell ab ja leute es geht gut los wie ihr seht eine längere runde heute ja ja oh rätsel kassi tun muss dezent oh mein gott aus die statischen hier rätsel ist ja unfassbar und fahrne gedacht das funktioniert was tut ihr das habe ich wohl ausgedacht riskant riskant aber ich habe es auch gut sagt freddy eine lebensgeschichte 21 schon am kaufen war das gut und auch wenig ich habe es stimmt es war das mit viele teile ja ja dumm warum kriegst du ja beide gewinnen wir können wir schütteln und die virtuelle hand man sollte sich vielleicht davor über die spielmodi informieren das scheiße muss in die höhe ja auch noch rechtzeitig gemerkt das ist das luftballon ja der land ausbrechen mit ach oh gott das bringt die klotz der trotz schicke nö man sieht glaube ich einfach nur die teilnehmen nicht richtig ach so duf das teilt halt nicht mehr brauchen da guck doch schon also fasch wie den hebel oh ne oh ne oh ne ich hätte gern einen counter im nachhinein wie oft wir scheiße gebaut haben das wär cool ja ja deine arbeit freddy keine ahnung was du gerade bei mir gemacht hast aber das sieht doch ganz souverän aus bei mir ey lass mal einen teilen in ruhe nö du denn jetzt christmas time wer doch das ist gut danke nein doch doch das war ziemlich geil warum ja 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 wenn ist gut so was 1 a das ist eine souveräne kiste ah man vom austaus zack du bist doch eigentlich trainiert jaja natürlich in der sekunde in der wir Pause gemacht haben sehr schön ah ok also wieder viele teile melke ah das ist schon mal ein top teil ähm ja weniger klingel klingel witzchen jawohl jetzt hat's klappt bleib liegen ja ah das hebt im Leben nicht doch das hebt dann gut zack na freddy mh scheiße das sieht gut für dich aus ich habe gedacht das sieht gut für mich aus jetzt sehe ich gerade deinen Turm mhm ein wahrer virtuose am stein ja komm beendet ist das ist eindeutig freddy bringt es nicht zum einstürzen oh ja als jetzt gut wissen das noch klappt hätte mhm ne wir wollen ja nicht übertreiben ich guck mal ich hab mehr haha ja 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 ich hab's auch schon doch ah ding 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 normal normal i will survive mhm 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 es hebt es hebt es hebt oh haha ja aber ich konnte es verarbeiten verdammt das ist jetzt nett ah wobei ich doch das müsste eben ja es hebt herrlichst komm den baum da ein nein ach zu früh lass das ach komm warum so dick ha was macht er was macht das da kam so fledermäuschen die ich aber gleich verjagt hab doch das sei was besonders gewesen auch immer diese fetten dinge hier ach du hast ja noch alle leben wir geben sowas ich kann es halt ich bin tetris profi natürlich ja das ist ja lächerlich ach nein deine geistler waren kacke zu mir richtig kacke ach komm nett kippen nicht kippen tut das nicht gut ich habe eine neue plattform oh mein gott mein ganzer mein gott ich will nichts sagen aber das kann ich nicht mehr retten das hat immer ein blick rüber werfen möchte ich ja ich das war acht ohne trotz der ausgleich das ist der ausgleich vor allem ich habe ja eine neue plattform bekommen das war natürlich dumm komisch das war eigentlich das bei uns oh mein gott warum so ein rätsel und es fängt klein mit zwei richtigen scheißteilen an kip ja ich guck bei dir zu gegebenermaßen wenn das hebt nein natürlich gibt es nicht okay ist das dumm nein 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 warum kommt ich auf einmal oder was sagt er mir gerade noch mal scheinbar gemacht jetzt geht es um 60 nächste ist wenn unendlich aber dann ist unentschieden beim kunden ist das heiße da bin ich mal gespannt was dann kommt renne schon mal dein ding dann muss es ein stechen geben wahrscheinlich scheiß teil braucht der mensch scheiß teil braucht kein mensch gesunde basis dass man Oh, ein wenig. Oh Gott, das war jetzt dumm von mir. Das meine Sachen sehen hier. Hey! Komm weg. Komm weg. Spannendes Ding, ey. Oh nein. Ich erfasche was cooles über das Wind hier, ey. Das ist natürlich was richtig Stabiles hier stehen. Ah, das war, das war dumm. Egal, nochmal Kredit. Ja, ne ruhig, was ich brauchen. Ist auf jeden Fall unfassbar eng. Mhm. Das war nix. Ja, was? Ja. Was? Warum? Millisekunde. Nein. Nein. Und wie, ey, ey. Oh, man. Was? 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 Also, Herr Schiedsrichter, Herr Schiedsrichter, was war das? Okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Kinder. Ganz ehrlich? Nee. Das Spiel ist für mich. Ich muss jetzt auch noch die Up-Moderation machen. Ja. Ciao, Leute. So ne scheiß Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.